Ich meine, dass sowas überhaupt passiert? Holli, du reibst! Rink, hatten wir miteinander telefoniert? Christian, sind ja. Rink. Jakobs. Meine Frau Stefanie. Hey, grüß dich. Wir machen uns Sorgen wegen Lucky. Wem? Unserem Trakener. In der 5 von Herr Gabriel, in der 3 Frau Johansen, hier... Mein Vater? Genau, und oben Frau Zielek. Das Gebäude ist sauber. Die Leute sind erkennungsdienstlich behandelt. Hier sind die Aussagen der Bewohner. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Danke, dass Sie und Ihre Leute so schnell da waren. Da nicht, Fülle. Gut, dann habe ich jetzt alles. Wo haben Sie denn hier Videoüberwachung? Und die Bilder werden aufgezeichnet? Nein. Das ist wegen dem Datenschutz schlimm, oder? Nein. Okay. friendly- Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.